Nein, du, ich lebe ganzer Luderhummer, weißt? Seit 30 Jahren schon. 1800 Meter. 1784, wenn man's genau nicht, oder? Also wenn ich da jeder Tag runtergehen müsste, wäre gerade jedem Scheiß der Herr Klick, mir am Vögel bei Gott. Drei Stunden, oder? Ich hab nämlich kein Auto, weißt? Zeitung holen, Bäckchen aufgehen, getränte Kassierer, da müsst ihr ja nichts mehr anders tun, oder? Aber Gott sei Dank gibt's der Engelbert mit seinem Gehle Euterle. Der bringt mir alles, was ich brauch, bei jedem Wetter. Und wenn's noch so sucht, also, ich sag's dir, jeder täte es nicht, nein, du. splatze 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 Vielen Dank.